Hallo und herzlich willkommen zurück zur UCM1 Unboxing Reihe. Heute mit dem Produkt Hannussen. Der fantastische Film mit Klaus Maria Brandauer. Dieses Media Book beinhaltet wie gewohnt die DVD und die Blu-Ray. Die weiche Folie geht sehr leicht ab, samt dem FSK 16 Logo. Und hier ist das nackte Media Book. Klaus Maria Brandauer in einer exzentrischen Fotomaske. Hinten ist ein kurzes Essay sowie die technischen Daten über den Discs. Hier ist die Blu-Ray. Auf der ersten Seite in einem Clip. Und hier ist ein stylisches Setfoto von Hannussen, hier gerade an einem Tisch sitzt. Auf der ersten Seite ist Hannussen in theatralischer Maske, sowie hier das Original-Filmplakat. Hannussen mit dem Namen in verschiedenen Richtungen aufgedruckt. Hannussen, hier sind die technischen Daten über den Film. Wer mitspielt, hier sind ein paar Standbilder aus dem Film. Auszeichnungen, Nominierungen sind hier auch aufgedruckt. Handlung sowie Produktionsnotizen und hier ein großes Setfoto von Klaus Maria Brandauer alias Hannussen. Kurzbiografie der historischen Figur sowie Regisseurbiografie. Hier wird klar, wahrscheinlich handelt dieser Film auf einer wahren Geschichte, basiert auf einer wahren Geschichte. Szabo, der Regisseur, seine ganzen Auszeichnungen sowie seine Filmografie. Das ist der Lehrmeister und Retter von Hannussen. Die Darsteller. Hier ist eine Biografie von dem Ausnahmetalent Klaus Maria Brandauer. Kleine Auszeichnungen sowie eine Auswahl aus seiner Filmografie. Hier sind noch ein paar Standbilder aus dem Film und aufgedruckt. Mit einer der Schlüssel-Szenen, was der Prophet Hannussen alles voraussagt. Hier sind drei Kurzbiografien über einige der Nebendarsteller. Allesamt brillante Leistungen sowie ein meisterhaftes Setfoto von Hannussen, wie er sich gerade in Szene setzt. Diese Seite ist den Pressestimmen gewidmet. Sie sind zeitgenössisch. Ihr könnt gerne auf Pause drücken, um sie durchzulesen. Und hier etwas, was man nicht überall bekommt, ist eines der Original-Kinoplakate. Auf der Gegenüberseite ein Portrait von einem der Darsteller. Die letzte Seite ist wieder etwas dicker. Auf der letzten Doppelseite hat man wieder ein großes Foto. Ganz kann man es sehen, wenn man die DVD entfernt. Entfernt ist es nämlich Klaus-Maria Brandauer alias Hannussen, wie er eine Frau aus dem Publikum verzaubert, indem er ihre Gedanken liest. Es ist Hannussen, der nicht nur Gedanken lesen, sondern auch die Zukunft voraussagen kann. Es ist ein unglaublich packender und spannender Film, der vor allem durch die intensive Darstellerleistung von Klaus-Maria Brandauer lebt, aber auch von den ganzen Nebendarstellern. Ich wünsche euch mit diesem Produkt viel Spaß und wir sehen uns bei dem nächsten Produkt. Bis dahin. Tschüss!